Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute spielen wir mal wieder eine Runde Skywars auf der aktuell neu erschienene Map Rion, die auch aktuell meine Lieblings 8x1er Map ist. Und in diesem Video geht es heute darum, dass wir als Community auch bald, wenn SWCW draußen ist, also Skywars Clan War, ich würde sagen wir gehen direkt in die Mitte, bauen wir uns mal ein bisschen hoch, scheiß drauf. Ja, zusammen Clan War spielen in Skywars, bedeutet wir werden als Community in Streams spielen und ich werde eventuell auch mal eine Communityaufnahme mit euch machen. Er macht einen TNT Boost, vielleicht eine Challenge, aber aktuell stream ich ja sowieso etwas mehr als ich Videos bringe, deswegen Leute, kommt alle in meinen Clan, Hashtag, ne, NTIX, oh mein Gott. Fragt einfach in die Kommentare oder in Streams, wenn ihr rein möchtet und dann entferne ich alte Clan Members und füge euch hinzu, also 30 von euch haben die Chance reinzukommen und kleine Anmerkung, bitte aber Ingame-Namen in die Kommentare schreiben, wenn ihr rein möchtet und er macht einen TNT Boost, kriegen wir... Oh mein Gott, Leute, GT beim 2 Enderperlen. Hä? Haben wir gutes Equipment und ja, sorry Leute, dass ich jetzt hier nur rumrede, aber auf dieser Map ist es sehr schwer ein Thema anzusprechen, weil hier so viel Action ist, weil die Map so klein ist und so, aber klein aber fein würde ich sagen, also ich feiere dir auf jeden Fall mega als 8x1er Map, oh mein Gott, ich heiße so rein gerade, das ist gerade die erste Runde nach der Schule und ja, was ich dazu sagen will ist, dass ich bzw. wir als Clan nicht gut sein müssen mit SWCW, sondern dass es nur auf Spaß ausgelegt ist und wir einfach als Community ein wenig zusammenspielen. Also es ist halt einfach nur aus Spaß ausgerichtet. Komm, 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 dann kriegen wir, oder? Ja, GG Leute, oh mein Gott, GG. Ja, es ist halt einfach aus Spaß ausgelegt, also wir müssen nicht gut sein, wir haben... Also ich will einfach nur, dass wir ein bisschen als Community in Streams und Videos ein bisschen spielen und... Kommt einfach in den Clan, schickt den Ingame-Namen in die Kommentare rein oder auch in Streams, könnt ihr es auch gerne machen, weil ich... Wie gesagt, ich stream aktuell ein bisschen mehr als sonst. So, wir haben zwei Enderperlen und noch einer lebt, vielleicht gewinnen wir sogar die Runde. Ich denke schon, dass wir noch eine normale Runde dranhängen. Mein Equipment, er ist besser equipped als ich. Jetzt schnell eine Eisenhose, ich bin so verplant. Ich bin so schlecht, das ist meine erste Runde heute, meine erste Runde. Ich hoffe, wir haben jetzt gerade eben eine Goldhose weggeworfen und keine Eisenhose. Äh, wo ist der? Einfach drauf, einfach drauf. Oh mein Gott, leckt er rum. Er leckt so rum. Oh, GG Leute, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in einer neuen Runde. So Leute, da bin ich auch schon wieder in einer neuen Runde auf der Map. Dena, auch wieder eine 8x1er-Map. Und ja, ich habe mir gedacht, nochmal eine 8x1er-Map. Und Leute, ihr habt es eben einfach, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe endlich mal wieder eine Runde im Video gewonnen. Und aber auch, ey, als ob wir kein Holz haben, das gibt es nicht. Und auch mal einen Kill gemacht mal wieder. Ähm, ja, es läuft auf jeden Fall. Auch wenn ich ein großes Thema hatte, haben wir auf jeden Fall die Runde gewonnen. Aber ich habe mich natürlich nicht wieder so krass angestrengt, weil ich halt das Thema, mal mehr hier, äh, über das Thema reden musste. Wir gehen in die Mitte und stauben da hinten mal ab. Richtig ehrenlos einfach mal. Ja, das war es mal wieder komplett. Aber absolut war es das jetzt. Das war es absolut. Nein, nein. Ha! Okay, Leute, dann waren wir wohl eben, trotz dessen, dass wir so viel geredet haben und so viele Themen angesprochen haben, besser. Und damit haben wir die Runde richtig verkackt. Dann würde ich sagen, schreibt gerne euren Ingame-Namen rein, wenn ihr den Clan möchtet für SWCW. Ich werde auf jeden Fall inaktive Clan-Memper rauskicken. Also bitte Ingame-Namen reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein. Ciao! 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 Vielen Dank.